Wacht, so als Einzelne, Joachim? Ja. Wem? Nein. Oh, das würde ich auslangen an deiner Stelle, da würde ich mich total... Ich fühle mich hier gerade ein bisschen wie Whitney Houston. Joachim, schnappst du klar? Nein. Wo kommst du denn her? Du kommst auch nicht aus Hamburg, oder? Stimmt, Schleswig-Holstein. Wo denn so? Hamburger kann ich nicht. Also Speckkörnel sagt das doch. Norderstedt. Aber das ist mir wichtig, ne, dass Norderstedt, dass es schon Schleswig-Holstein ist. Könntest du nicht gerne so richtig hier urban mitten in Hamburg leben und nachts nur eine Pizza essen oder so? Du musst nicht. Bist du halb, Atze? Ja. Du könntest aber Hamburger sein, so deine Antwort. Du musst nicht zu viel sabbeln. Du musst nicht zu viel raten. Vielen Dank.